was leckeres 1 1 1 1 1 der Mond geht auf schon wieder das ist ja schön so muss ich wieder ein bisschen weiter bauen ja so 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 was brauchen wir denn jetzt eigentlich gerade nix oder außer zeit ja holz und stein immer noch glaube ich also stein aber ziemlich viele mal weg drin ja aber da du brauchst ja für ein ziegel zehn oder zwölf zwölf und du brauchst für eine wand zehn oder zehn und sechs fretter und 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 wir können es natürlich jetzt auch einfach laufen lassen cool cool juhu juhu der war ganz einfach glaube ich ja ich glaube diesmal schaffen beim ersten mal ja jetzt ist mir wieder fasziniert und du w 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 also oh das ist wir machen morgen ausflug wo geht es hin nach füssen auf so ein wanderweg geht ihr auf das festival da auch das festival da ist mama hat das so ein so ein musical irgendwas aber ich weiß nicht ob das war morgen und zwar im festspiel was im festspielhaus ich hab jetzt auch noch nicht weiter geschaut also ich hab noch nicht geschaut was genau da ist bisschen holz bisschen schmerz normalen stein übrig lassen ich wusste noch mal was raus ich hab schon was drin gelassen aber du kannst ja noch ein bisschen weiter sammeln ich liege mich mal in den sarg können wir da einen besseren schon bauen ne ah ich muss noch die ledertasche machen ohja bestellt ist der raue faden da haben wir da noch welche ja ich mach noch einen kannst du eine rausholen ok ach geht das schnell gleich fertig super gut ähm naja ist noch egal unsere serie stehen halt jetzt im offenen bereich aber es macht ja noch nichts ist ja noch eh noch alles offen wie im offenen bereich ja das sind halt dann nicht überdacht achso ja im moment ist ja eh noch nichts überdacht ja eben ist ja noch wurscht ja wir haben ja dann bald genug ziegelsteine das ist glaube ich nicht das große problem äh und die bretter weiß ich nicht ich brauch nur für jeden scheiß naja ich mach jetzt mal aus ich mach jetzt mal aus ja ok dann gute nacht gute nacht darf mal gut ja du auch bis später äh bis später danke ja bis später ciao guck overlooked